Wellness. Besonders wichtig, wenn es darum geht, die natürliche Frische zu erhalten, kräftig zu wirken, sich zu schützen und einfach die magische Ausstrahlung zu pflegen. Für das braucht es ab und zu ein gutes Peeling, einen pflegenden Schnitt oder eine kleine Massage. All das bekommt unser Bündner Bergwald dank unserer Pflegeserie. Und das schon seit mehr als zehn Jahren. Mit Hilfe von 600 Pflegerinnen und Pfleger im GKB-Summerjob. Weil es uns der Bergwald wert ist. Hilf auch du mit und bewirb dich. Denn die Zukunft ist jetzt.